Hallo und herzlich willkommen zurück zu GTA 5, ich bin der Files Dammel P und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part. Ja, ähm, was könnt ihr mir noch so sagen? Eigentlich gar nichts, ich weiß. Ich bin eigentlich, äh, Weller, damit eigentlich alles gesagt. Es ist lange her, sehr, sehr lange. Und, ähm, ja, guck ich gerade, ob ich jetzt wirklich auf die Aufnahmetaste gedrückt hab. Ja, und, ja, auf jeden Fall. Und, ja, anscheinend, das kann ja nur Gutes bedeuten und wir gehen direkt mal auf Komponent. Ja, äh, so. Also, wir könnten mit Michael eine Mission machen, wir könnten mit Trevor eine Mission machen. Mh, wir könnten noch was, ein Grasgeheimversteck machen, wir könnten noch, können noch einiges machen, wir könnten noch eine letzte Mission machen. Eine letzte Attentats-Mission. Grasversteckt, Attentats-Mission. Ich denke, wir machen was mit Läster. So eine lustige Attentats-Mission. Hier. Und, äh, Moment, hier sind wir, sind wir hier mit Franklin unterwegs. Und, äh, ja. Hat er jetzt sein eigenes Haus quasi bekommen. Für den letzten Auftrag. Und, äh, ja, hat er sich wirklich drüber gefreut, dass ich nicht mehr bei seiner Tante, ähm, leben muss. Ja, ich bin ein wenig ungeübt. Der wollte sich schlagen, mit mir. Okay, erst mal kurz. Ja. Ich muss kurz meine Nase kratzen. Das ist so wahnsinnig. Okay, you know Redwood cigarettes? Sure, the cigarette that built America. They've rigged a jury to throw a class-action lawsuit that would cover the treatment costs of thousands of emphysema sufferers. There are four corrupt jurors on Redwood's books. I'll send you the details. Oh, and we only have a few hours to make them disappear. The court case is tomorrow morning. Is that all dog shit? That's quite a favor. And that's quite a house you're living in. Get this done quickly, and I'll try to throw in a sweetener as well. Now, I'd advise picking up some long-range hardware to get this job done. You'll be helping a lot of people with this, Franklin, including anyone who might have a sizable investment in, say, debonair cigarettes. Ich weiß jetzt nicht, ob das Auto jetzt auch perfekt dafür geeignet ist. Ja. Komm, steh auf, komm, steh auf. Wer ist denn das von denen? Wie lösst dir Lav Teen? Siege aus, komm, steh auf. Sieg so。 Oh Gott, ich glaube, ich hab's verkackt. Ich glaube, ich hab ein bisschen lang gewartet, aber ich hab den nicht richtig, äh... Ich hab nicht herausgefunden, wer der Richtige war. Oh Gott, ist ja durch. Ich glaube, ich schaff das nicht ganz, aber ich hab ja noch sieben Minuten Zeit. Drei oder vier waren's, ne? Ich hab einen. Oh, scheiße. Das war natürlich... Ey, ich fahr so scheiße, ne? Das muss man jetzt auch mal wieder sagen, ich bin ja auch total aus der Übung. Aber... Ey, ich weiß, ich find grad Ausreden, aber... Sagen, ich hab wirklich lang nicht mehr gespielt. Könnt ihr schon mal wetten setzen? Schaff ich's oder schaff ich's nicht? What the fuck? Nein! Nein! Ah, ich bin so ein übelster Trottel. Ah, ich bin so ein übelster Trottel. Ich habe den Satien eingestellt. zu meinem scheiß Auto was jetzt gerade total schrott ist schnell nach West, Winewood, Eclipse Medical Tower Gott, Lester du mutest mir echt was zu hier oh Gott krieg ich wahrscheinlich keine Goldmedaille beziehungsweise keine 100% aber naja WTF fuck okay 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 Gott. Steh doch auf, du! Spasti! Ey, jetzt wartet doch! Bastarde, ich brauch ein Auto. Ah. Ach. Okay. Eh. Sorry. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Wahrscheinlich muss ich die Mission nochmal machen. So, jetzt komm ich. Dispatch, wir haben eine Vision auf der Perf, in Pursuit. Komm, komm, schickes Motorrad, komm. Wow, what the fuck? Okay, 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 compsion, 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 compsion. So, erstmal Radio aus. Geh mal und so, shit. Junge. Okay, komm, 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 komm. What the fuck? Bürgersteig, yo, es geht. What the? Oh, ich bin richtig pro. Wow, what the fuck? Shit. Ich weiß nicht. Yes, geschafft. Aber gut, geschafft, yo. Ja, zwar 75%, aber immerhin. Was bekommen, ne? Immerhin was geschafft, ne? Würde ich so mal behaupten. Ähm, ja. Gehen wir mal auf die Karte. Beverly wäre hier nochmal was. Okay. Ja, okay, machen wir noch ne Beverly Mission. Okay. Okay. Ansonsten mach ich danach ne Michael Mission. Oder, ja, ich denke ne Michael Mission. Oder Trevor, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Huh. Ich bin gestorben. Yes. Huh. Yes. Das wollte ich schon immer mal machen. Yes. Gestorben. So läuft das hier heutzutage. Yes. Uh. Yes. Uh. Yes. Uh. Yes. So läuft das heutzutage. Man stirbt. Ganz genau. Oh Mann, Alter. Okay. Komm, lade. Lade, mein Freund. Lade. Ja, da komm ich. So, hab ich gerade mein Geld wieder, äh, was ich gerade erwirtschaftet habe, wieder. Hier, komm, komm, ey, ey. Na, weißt du was? Dann machen wir jetzt einfach ne, ähm, Michael Mission. Trevor. Wir sind eigentlich in der Nähe von einer Michael Mission. Und, ja, wir machen auch ne, Michael Mission, oder? Ne, wir machen ne, nein, wir machen ne Trevor Mission. Ganz richtig. Wir machen ne Trevor Mission. Hab ich mich gerade entschlossen dazu. Wir machen ne scheißverdammte Trevor Aktion Mission. Okay, und dann ist das von Brett gekommen. Äh, wir können ja kurz die SMS mal lesen. Nein. Äh, was? So ein E-Mail, oder? Nein, ich wollte auch nicht zwischenspeichern, Mann. Was ist denn los heute? Nochmal, also. Nimm diese scheiß Windows-Phones.